Und man sieht, es wird Tag. Alter, die Landschaft ist eigentlich ganz geil, wenn's... ...nacht ist. So. Äh... Unser Eingang gefällt mir noch nicht so ganz. Nee. Bau mal einen Hintereingang. Ja. Ich mach hier wieder einen Losgang nach unten. Ja, da haben wir aber grad das Glas hingeklatscht. So, scheiße. Ähm... Egal. Egal. Ich mach weg. Ist ja nur der Anfang des Spiels, wo man überhaupt kein Glas hat. Doch, egal. Äh... Yay, Dreck. Ja, äh... So. Ähm... Und hier ist wieder ein Abgrund. Ist ja krass geil. Achso, stimmt. Ich hab's nicht gesehen. Bau doch da so einen Überhang. Das sieht bestimmt geil aus. Oh, das könnte man natürlich auch machen. Aber... Da wir den sowieso aus irgendeinem Material machen, was geil aussieht. Und ganz bestimmt nicht Dirt. Ähm... Hau ich den Dirt hier mal weg. Und... Jo. Okay. Da, wo ich's gerade weggehauen hab, macht das überhaupt keinen Sinn. Egal. Bei mir verpasst ihr auch gerade nichts. Ich baue einfach den Gang nach unten. Boah. Um mal wieder Diamanten zu holen. So, äh... Was wollte ich denn jetzt machen? Genau. Ich baue noch eine Tür. Ne, zwei Türen. Ups. Ah, hier ist Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Äh, lass mal gleich Cobblestone. Ähm... Eine ziemliche Menge, weil ich hier wieder so einen Wurstgang nach unten baue. Du musst lauter sprechen. Selbst ich verstehe dich kaum. Ja, ich hab gleich eine Menge Cobblestone, weil ich hier wieder so einen Gang nach unten baue. Ach, die Wurstgänge wieder. Dann hab ich noch eine ziemliche Kohlearbeit gestoßen. Und es ist alles dunkel hier unten. Ja, ich hab... Hast du das? Oh, wow. Oh, ja. So, Minen ist auch wieder so was richtig Spannendes. Ja, da kann man auch so... Voll entertaining und so, weiße. Ähm... Du musst aber auch viel mehr aktiver sein. Du musst auch mal Angegungen für Themen und Kommentare. Weil so ein Feedback geben muss schon. Ich weiß nicht, was los ist mit deinem Skype, ne? Aber irgendwie bist du so leise. Hast du vielleicht... Ah, warte mal. Ich hab mal mein Mikrofon. Und darauf... Bin ich jetzt lauter? Nein. Ah. Und darauf kommst du jetzt, wo wir eine halbe Stunde aufgenommen haben. Wo mein Lüfter dann nicht mehr so reinbaut. Ja, ist egal. So, jetzt dürfte ich... Jo, äh... Ein bisschen weniger darf es schon sein. Ähm... Okay, dann rede ich jetzt wieder einfach normal. Was gehst du davon? Nee, du darfst dann noch mal ein bisschen runter, weil jetzt hört man den Lüfter wieder so. Ja, hm. Das mit dem Lüfter, das erledigt sich auch bald, äh... Jo, sag, jetzt geht's wieder? Ja, jetzt ist gut, eigentlich. Komm. Und wenn die Viewer was dagegen haben, dann sollen sie rumheulen. Und sollte das jetzt am Anfang wieder so extrem leise sein, freue ich doch einfach... Wir machen das jetzt nicht nochmal. Ihr könnt einfach die halbe Stunde überspringen oder so, wenn wir zu leise sind. Ihr verpasst ja nichts. Bisschen Holz, ein epischer Fight mit dem Skelett. Ja, da schreiben wir dann auch in den Beschreibungen, damit soll ich das auch wissen, weil wir können ja nicht einfach jetzt wissen, dass sie 30 Minuten überspringen sollen. Das wäre ja... Ja, sonst überspringen die noch den nächsten. Woher hast du den Fenstone? Äh, vom Strand. Da ist irgendwo Strand und... Also mit diese Treppen... Ah ja, ich seh's. Diese Treppen finde ich ja nicht so geil, ne? Ja, ich... Ich hab ne Feder gefunden. Zwei Federn. Wo? Äh, unten am Strand. Federn oder Fehler? Federn. So, ich hab Fehler erst verstanden. So, ich hab Eisen bei mir, bei Fluchstück. Bei der letzten Welt war's voll rein. Äh, schon wieder Wasser. Erst die Diamanten gefunden und dann das Eisen. Ja, das war auch sehr gut. Da hatten wir zweimal acht Diamanten. Da hatten wir mehr Diamanten als Eisen. Ja, das war schon geil. Sehr geil. Sehr geil. So, auf welchen Bett bin ich denn jetzt? Oh, 54. So, auf welchen Bett bin ich denn jetzt? Nein, das war schon geil. Ach so, ah, ah. Wir haben ja Scheß um auf den Berg angefangen. Lass uns auch früher ein. Ach egal. Kriegen wir mal Cobblestone. Cobblestone ist super, ne? Ja, dann können wir später zu Keirstone machen. Ja, müssen wir in den Backofen hauen. Okay, ich hab 64 und 49. Warum hab ich da jetzt gerade mir ne Markierung gebaut, wenn ich das sowieso weghau? Unser Idiot gerade. Was für ne Markierung. Ja, beim Strand. Du kennst das doch, wenn du Sand klopst und dann kommt auf einmal so ganz toll Wasser. Ach so. Auf. In deine Grube. Und. Naja. Ich komm mal runter. Brauchst du nicht. Ich komm trotzdem. Oder? Ja gut, kannst du machen. Vielleicht wird das etwas spannender dann dadurch. Oh ja. Oh ja. Sandkloppen. Oh mein Gott. Ich hab mir jetzt nochmal vier Eisen, äh vier Stellen. Hab ich schon gerade gewundert, warum dauert denn das so lange Sand abzubauen? Dann hab ich meine Axt in der Hand. Dann hab ich ja auch noch mal ein paar Jahre alt. So. Also falls ihr Anregungen habt für uns, falls ihr den Seed haben wollt, kriegt ihr nicht, weil das Multiplayer ist. Wir könnten das irgendwann mal durch so einen Seed Finder ja... Naja, also wenn sie den Seed haben wollen, kriegen sie ihn trotzdem nicht, weil sie dann einfach schon sagen können, guck mal da und da ist ja das und das. Ja, es ist aber eigentlich ganz geil, weil dann könnten andere Leute uns coole Stellen und sagen, wofür wir vielleicht ein Haus bauen könnten. Na, schon wieder gefällt. Ja, das ist, ja gut, so kann man das natürlich auch sehen. Ähm. Ja. Vielleicht, vielleicht machen wir es, vielleicht nicht. Müssen wir gucken. Könnt ihr ja dann rum betteln. Ach so, und bettet auf keinen Fall bitte, ob ihr mitspielen könnt. Wieder ein klares Nein könnt ihr nicht. Vielleicht, wenn man jetzt... Wir haben jetzt schon, auch wenn der Channel noch nicht lange besteht, haben wir schon so viele Anfragen. Äh, darf ich mitmachen? Aber ne Scheiße, wir hatten schon Anfragen. Ja, ich weiß. Also... Oder hattest du auch noch welche, weil du so viele gesagt hast? Ja, die Dinge, also ich weiß nicht, ist ja auch egal, es waren schon ein paar. Ja, ich hatte auch noch welche. Wir machen vielleicht Let's Play Together oder irgendwann hosten wir selber uns, aber irgendwie so ein Riesiges Let's Play Together, das wäre eigentlich auch mal cool. Ja, mit allen, die beim Channel vielleicht mitwirken oder so ein Zeug. Ja, wenn man angenommen macht zu zehnt, fängt man an zur Weiseln. Alle gleichzeitig, dann will ich mal sehen, wie weit man nach einer halben Stunde schon ist. Ja, aber dann auch zusammen, weil die meisten bauen sich ja dann ihre eigenen Meiseln. Naja, also dann natürlich zusammen. Ich meine, das muss so ethisch sein. Einer meint, fünf sammeln Holz irgendwie, ein Glas, Kohle. Das wäre richtig krass, das muss man machen. Unten, let's show me your world. Genau, let's show you your world. So wie ich es gerade gesagt habe, habe ich es geklappert, aber so ähnlich, dass wir einfach eure Welten zeigen, wird es einmal durchlatschen. Genau. Ihr dürft uns auch gerne viele Fallen reinbauen. Wenn ihr eine Custom Map habt, habt, naja, ich kann nicht mehr reden, wenn ihr eine Custom Map habt, habt, ich kann nicht mehr reden, wie gesagt, dann schreibt euch an, äh, schreibt uns an, euch an, schreibt euch an, wir zocken die gerne mal durch und zocken die Probe und geben euch auch Feedback, wo ihr was verbessern könnt oder was ihr weglassen könnt. Und vielleicht fehlen wir uns dabei. Und vielleicht fehlen wir uns sogar dabei. Film, ja, das, äh, könnten wir natürlich tun. Und laden das dann hoch und dann könnt ihr sehen, wie habt ihr dabei gefällt, sind oder auch nicht. Ja. Oh, es hört Nacht, oder? Ja. Ich wollte noch das Eisen von da holen. Ähm, ich baue nochmal eben schnell. Oh, jetzt bin ich schon wieder im Wasser, ey. Das schickst du erst jetzt. Hö, hö, äh, so. Na, lass mich raus. Okay, wir müssen mal ein bisschen hin, äh, machen und, äh, hier verpieseln. Ich hab genug Sandstorm, aber hier ist noch mehr Eisen. Also, das Eisen kann ich hier nicht so liegen lassen. Ja, jetzt, lass es auch. Okay, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, jetzt wird Nacht, ich hoffe. Also, es wird schon die ganze Zeit Nacht. Ja, jetzt wird es aber wirklich Dunkelnacht. Ach, Dunkelnacht. Ja. Das davor war Hellnacht? Ja, Hellnacht, man, Dämmerung war es vorher. Ja, und diese Treppe macht mir Angst. Warum? Ja, ich hab immer Angst, dass ich da jetzt... Brauchen wir die Skills, um die Treppe zu latschen. Ja, Treppenlatschskills. Ich wollte gerade sagen, schwebende Fackeln. Gut, ähm, wo ist denn mein Bett? Du hast kein Bett. Wollte ich da gerade gerade sagen. Warte, ich hab genug Sandstorm, ich hab 59 Sandstorm. Ich penne heute in einem schwebenden Bett. Sandstone hab ich... Einmal 64 und dann noch 22 dazu. Okay. Nee, das Bett soll schweben. Boah. Ja, ich dachte, man ist das als so ein Feil. Ich glaube, Sandstone sieht mit Stein besser aus als mit Holz. Warte, ich baue noch eben eine Chess, was hätte davon? Das ist superklasse toll. Dann lass uns nach hier auch mal irgendwo ein Storage rum bauen. Das hieß nicht, wie eine Chess zu bauen. Uff. Das hab ich nur eine gebaut für die einen. Wir hätten das Haus am Anfang doch mitnehmen sollen. Ich hab genug Holz. 16 und 18 Uhr Holz einmal. Wenn das reicht. Dann können wir ja morgen am Strand weiter sammeln und dich sammeln. Oh, jetzt guck mal, hier ist jetzt die Chess. Was hältst du davon, wenn wir da allen unnützten Scheiß reinbringen? Das ist eine super tolle Idee. Von Clay haben wir jetzt schon so viel, ey. Supervers. Clearstone? Ah, ne. Bleibt pretty cool. Ja, warum machst du das nicht mit Shift? Dann steckt er die automatisch. Mach ich doch. Dann hast du bei mir gerade gelenkt. Ähm... Wir haben ein Blümchen. Oh mein Gott, wo? Yay. Yay. Oh, Blumen. Wie riecht sie denn? Oh, verdammt. Warum hab ich nicht umgedreht aus Versehen? Yum, 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 yum. Brr. Brr. So. So. Yum, 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 yum. Third-Person-Mode. So spielen wir jetzt weiter. Leg dich mal hin. Au. 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 Au.